Tragen Sie Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie jetzt auf Jetzt kostenlos anmelden. Sie erhalten dann völlig kostenlos alle Informationen, wie auch Sie mit dem eTour CopyTrader Geld verdienen können. Egal was man sonst machen will, um Geld im Internet zu verdienen. Man braucht immer Wissen, Fähigkeiten, Kontakt oder Know-how. Was immer einem versprochen wird, es liegt immer an einem selber, ob man überhaupt eine Chance hat, Geld zu verdienen. Hier muss man nichts können, sondern nur wissen, was man will. Den Rest erledigen die Profis für einen. Für mich bedeutet das, dass ich viel Zeit für die Dinge habe, die mir wirklich wichtig sind. Ich beobachte manchmal die Profis bei der Arbeit und bin immer wieder erstaunt, wie professionell sie vorgehen. Bevor ich an CopyJack wurde, dachte ich, Ahnung von Forex zu haben. Seit ich allerdings sehe, wie professionell hier getradet wird, fühle ich mich manchmal wie ein Grundschüler in der ersten Klasse. Es ist ein gutes Gefühl, den richtigen Profis zu sein, die ich selber aussuchen konnte. Bei Bedarf auch, wie auswechseln kann. Dank dem CopyJack erziele ich Top-Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können. Als CopyJack hat man viele Vorteile. In erster Linie spart es viel Zeit und Nerven, da man selber nicht alles über Forex wissen muss. Und auch nicht selber alle Märkte studieren muss, um die Ergebnisse der Vollprofis zu erzielen. Tragen Sie Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie jetzt auf Jetzt kostenlos anmelden. Sie erhalten dann völlig kostenlos alle Informationen, wie auch Sie mit dem Ito CopyTrader Geld verdienen können. Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem CopyTrading? Das ist Tom. Er möchte sein Geld investieren, doch weder hatte 100.000 Euro übrig, die er einem gewöhnlichen Anlageberater geben könnte, noch hat er die nötige Zeit, um die Informationen und die Märkte selbst zu analysieren. Charts, Öl, Euro, Apple-Aktien. Das ist einfach zu viel, um den Überblick zu behalten. Doch was wäre, wenn Tom alles sehen und kopieren könnte, was seine Wall-Street-Kumpel Tim und Eric tun? Nun ja, er kann es bereits, dank eToro, dem weltweit größten Investmentnetzwerk. Dort teilen Leute ihre Investitionen in eine soziale Community. Tom unterhält sich mit ihnen und verfolgt ihre Aktivitäten, um über jeden Trade, den sie tätigen, informiert zu werden. Er kann die Top-Performer ausfindig machen und deren eToro Open Book Profile mit allen Aktivitäten und Ergebnissen ansehen. Er sucht sich einige aus, die er automatisch mit allen Trades kopieren möchte und wählt den Betrag, den er in diese investiert. Tom nutzt jetzt die Weisheit der Massen, um sein personenbasiertes Portfolio aufzubauen. Er investiert nun wie ein Finanzbogen. Millionen Menschen haben sich bereits auf eToro vernetzt, um auf den Märkten zu investieren. Herzlich willkommen bei eToro, Ihr Social Investment Netzwerk. Und übrigens, es ist gratis. Melden Sie sich jetzt bei eToro.de. Tragen Sie Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie jetzt auf Jetzt kostenlos anmelden. Sie erhalten dann völlig kostenlos alle Informationen, wie auch Sie mit dem eToro CopyTrader Geld verdienen können. Vor einem halben Jahr habe ich mal reingeschnuppert und einfach probiert. Ich habe fünf Trader kopiert und aufgrund einer beruflichen Veränderung nicht weiter drauf geachtet. Letztens habe ich mich daran erinnert und mich wieder eingeloggt. Und hatte ein Kontostand von über 5200 Euro. Ich konnte das kaum glauben, denn ich habe ja ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht. Ja, es ist einfach von allein gelaufen. Das ist richtig cool. Bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich mich bei sieben Profis eingeloggt und sie kopiert. Ich habe sie nach meinen Kriterien ausgesucht und mir dafür auch etwas Zeit genommen. Als ich zwei Wochen später aus dem Urlaub zurückgekommen bin, hatte ich über 1320 Euro Gewinn auf meinem Account. Das klingt jetzt nicht viel, aber man muss bedenken, dass ich das verdient habe, während ich unter Palmen am Strand saß und den Computer nicht ein einziges Mal eingeschaltet habe. Das System ist so einfach überzeugend, weil man nicht alle Details kennen muss und fast alle Prozesse automatisiert sind. Profis erledigen die Arbeit für mich und ich habe Zeit für meine Freunde und die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Doch wie funktioniert Copy Trading im Detail? Das Prinzip, von dem wir reden, gibt es seit über zwei Jahren und über eine Million Menschen sind begeisterte Mitglieder beim sogenannten Copy Trader von eToro. Grundsätzlich werden bei eToro Aktien, Rohstoffe, Indizes und Devisen gehandelt. Die Plattform ist im Gegensatz zu den meisten anderen super einfach zu benutzen und selbst Einsteiger finden sich hier sofort zurecht. Nun ist das Handeln mit Aktien kein Kinderspiel, sondern ein ernstes Geschäft, das viel Erfahrung benötigt. Selbst wenn es einfach aussieht, ist es eine eigene Kunst. Es gibt allerdings Menschen, deren Beruf das Handeln mit Aktien ist und andere, die es zu ihrer Leidenschaft gemacht haben. Und genau solche Menschen, wir nennen sie Top Trader, handeln bei eToro. Populäre Investoren, die, wie man hier im Beispiel sehen kann, bis zu mehreren hundert Prozent Gewinn erzielen können. Als soziale Handelsplattform ermöglicht eToro nun dem Einsteiger, jede Bewegung des Top Traders zu kopieren. Das bedeutet dann, wenn der Top Trader nach seinen ganzen Analysen und mit seinem Gefühl fürs Handeln zum Beispiel entscheidet, auf einen steigenden Kurs bei Gold mit einer vernünftigen Hebelwirkung zu setzen, er diesen Trade nicht nur für sich selber macht, sondern automatisch auch für alle Händler, die ihm folgen. Selbstverständlich kann nicht jeder Trade ein Gewinn sein, aber der Top Trader sitzt mit uns in einem Boot und handelt mit seinem eigenen Geld, weshalb er vor jedem Trade sein Bestes geben wird, um mit seiner langfristigen Strategie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Top Trader kann man Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder gar monatelang kopieren. Solange ein Trader für Ihren Geschmack genug Gewinn erzielt, kopieren Sie jeden seiner Bewegungen. Sie müssen dafür nichts tun. eToro macht das alles für Sie automatisch. Tragen Sie Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie jetzt auf Jetzt kostenlos anmelden. Sie erhalten dann völlig kostenlos alle Informationen, wie auch Sie mit dem eToro Copy Trader Geld verdienen können.